happy birthday herzlichen glückwunsch an alle leute gewusst haben und herzlich willkommen ich bin ja ja und ich habe den ihr heute bisschen ändert den paragon war das genau ich habe den jetzt rauskriegen dass hier vorher artillerie gehabt weil heute gibt es eine neue quest und da brauche ich halt ein gewehr für also ich spiele den instrumentieren gewertete und so ist das hier die runde 1 geht los schon wieder diese arena weil ich nicht gehen wir starten auch gleich schon mit dem war ja eine andere ok ok also sehr viele schüsse hat die gauwiffs aber macht nicht ganz so viel schaden erster kill drückter kill und Okay. doch nie zu wenig power so gut wir haben zunächst sind wir haben wir nehmen die nächsten welch mich mich einmal ja Ja, das wusste ich. Konnte ich mir denken, dass das passiert. Okay, der ist da. Und, 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 der auch. Okay, den haben wir auch. Oh, 1-1. Okay, jetzt gehen wir zu Inia. Zack, der erste fürs Blatt. Nein? Schade. Okay. 3, 2, 1. Was ist der denn da hinten? 4, 3, 2, 1, und 9. Ey, umsterben meine Leute wieder so schnell. Okay, 10, 10. Schnell wieder zurück. 3, 2, 1. Da, nicht die. Okay, war was so. 2, 2, 1. Wah. You have won the match. Gewonnen. Gewonnen. 6 Kills mit denen. Gut, dann geht's weiter mit der nächste Runde. Schaffe ich es heute, alle drei Runden zu gewinnen? Ich probiere es auch. Als nächstes kommt sowieso der... Bester Spieler. Ich war der beste Spieler. Bis gleich. Musst mir eine Werbung anschauen. Die zweite Runde geht los. Ich habe mir gerade mal angeschaut, was für eine Quest ich mit dem Gewehr machen muss. Ich brauche 50 Kills. Deswegen werde ich jetzt so... Probieren immer einen Anfang mit ihnen hier zu spielen. 50 Kills. Boah. Das ist mal heftig. Das ist mal heftig. Wah. Hey, der gleiche Bot wie gerade. So, den habe ich heute auch noch nicht gespielt. Ja. Okay. Noch ein Bot. Go-Go-Girl. Das habe ich ja noch nie gehabt. Schon wieder. Diese Schweine. Stoppen die meinen Ansturm. Neun, neun. Elf, neun. Elf, zehn. Ah, ich will gerade schießen. Na, egal. Trotzdem gehören. Und wir müssen wieder mit ihnen starten, denn ich brauche die 50 Kills. Ich glaube, gerade habe ich gerade mal einen gehabt. Da oben ist einer. Oh, so, 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 so. Nachladen. Nachladen. Schön ist das Land auch, bei dem ich jetzt zu lang. Ach, Menno. Der mir geklaut. Der Bot, der. Hör mal, Michael. Ach, schon wieder nicht. Egal, egal. Geh weg, da. Jawohl. Endlich den Kiel wieder. Oh. Meiner ist bestimmt die Nummer eins. Ah. Woher wusste ich das? Woher wusste ich das? Fünf Kills. Okay, dann brauche ich ihn. Gerade hatte ich vier gehabt. Dann brauche ich nur noch 41 Kills. Das kann dauern. Gut, dann schauen wir uns das Ergebnis an. Sub, 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 sub. Na. 10 steht schon da. Das geht aber bis 50 hoch. Bis gleich. Okay, die nächste Runde geht los. Hier sieht man schon mal die eine Quest. Das sind 10. Also fehlt nur einer. Und dann geht es weiter. Aber ich brauche 50 Kills mit den Main-Eat-Nummer. Gleich starten. 1, 2, 1, go. Let's get things started. First Blood. Jawohl, ja. Ja. Verstecken. Und. Ah. Oha. Nein. Jawohl. Bingo. Bingo. Und der nächste, komm her. Nachladen. Nachladen. Nein. Einfach das ganze Magazin immer verschießen hier. Ah, meiner. Jahu. Bingo. Ah, nein. Nicht mein Kill. Wo schieß ich den Boden? Das war eine schöne Runde. Aber ich brauche 50 Kills. Also schaffe ich jetzt nicht, aber. Nein, denn der schießt auf mich. Oh, nee. Kein Schuss mehr. Upsa. interpretations. Das war mir 세상 Doch. Naoya. gibt es doch noch nicht das gibt es doch nicht aber noch kein kill in der zweiten runde hier erste und wir brauchen zeit dritte jetzt schon ganz knapp geworden alle drei runden gewonnen perfekt und schon wieder erster nice neun kills das waren nachrichten 32 kill zu wenig ok da 50 kill na gut darf ich mal sagen das war's heute ich sage danke schön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn euch am nächsten mal wieder dabei sein bis dahin viel spaß und auf wiedersehen tschüss die Bis zum nächsten Mal.